Voll und Video läuft, Freunde der Nacht. Was machst du denn da? Stopp! Akku wurde gewechselt, halt. Akku wurde gewechselt. Wir haben jetzt 7 Kilometer geschafft, etwas mehr. In einer Stunde 35 Minuten. Das ist, glaube ich, sehr gut in der Zeit. Für die Temperatur und den Anstieg, den wir da eben hatten, das habe ich mir aber schon gedacht. Wir sind schön die ganze Zeit runtergegangen. So wie jetzt auch. Nirgendwo 325 Meter Höhe habe ich gehabt. 335 war auch angegeben, das ist der Punkt, jetzt haben wir noch 314. Also höher wird es heute nicht mehr. Die größte Anstrengung liegt, glaube ich, hinter uns. Wobei jetzt natürlich stündlich die Temperatur steigt. 4 Kilometer oder so haben wir jetzt. Ja, wir wollten ja gegebenenfalls länger, da müssen wir mal gucken. Die Hälfte haben wir ja eben schon hinter uns gehabt. Soll ich jetzt nochmal das Brillchen auf und dann gucken wir nochmal hin? Ja, pass auf, dass du nicht gleich lang liegst hier. Ja, das ist mir erst einmal passiert. Ich probiere schon zweimal. Ja. Ich nehme das jetzt nochmal auf hier. Ist eh verkratzt dein Ding, meine Güte. Scheiß drauf. Das ist ein Gebrauchsgegenstand, Achim. Ja. 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 Was? Was? Verlängern ist jetzt gar nicht mehr so einfach. Doch, ist doch noch einfach. Da müssen wir einen Bogen machen. Einen Bogen? Einen Bogen. Gibt es denn da, willst du noch was zu sehen, oder? Ne, zu sehen, warte, da ist was. Ja, stimmt. Nein, ist nicht interessant. Ja, wenn wir noch jetzt verlängern wollen hier, dann können wir nur noch hier so einen Bogen machen. Ja, weil da in der Stadt brauchen wir nicht verlängern. Ne, was? Kannst du nur noch hier gleich so rum. Was ist denn hier, da? Ja, oder wir gehen querbeet runter, bis zu dem und dann? Ja, wir gehen jetzt hier gleich an dieser Kreuzung, gehen wir gleich so schräg. Oder hier gehen wir, hier können wir doch runter gehen. Das ist ein ganzer Kilometer und das ist auch ein Kilometer, das sind zwei Kilometer verlängern. Gute. Gute zwei runter. Ja. Ja, weil da können wir jetzt nicht durch. Das ist zu blöd da. Das ist Mist, das stimmt. Ich nehme auch mal ein Wässer hier, wenn es so lieb ist. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich habe auch nur eine mitgenommen mit zwei. Wo hast du den schon wieder? Da haben wir eine Parkbank. Kannst du mal... Da. So passbar gehen. Wo die Mötze ist. Mhm. Da gehe ich jetzt bestimmt nicht mehr hin. Oder hingehen würde ich vielleicht schon noch, aber nicht wieder zurück. Dann den ganzen Berg nochmal hoch. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf hätte. Muss ich eingestehen. Vielleicht in eine Stunde nochmal. So ein Anstieg. Ist so. Nein, ist nicht so. Ist so. Nein, ist nicht so. Guck mal hier. Hier ist ein Fußball. Schieß mal weg, Aachen. Sieht ja aus wie ein Gesicht. Muss mal ein bisschen Fantasie haben. Achtung, ihr kugelt. Gut. Nichts runter gewesen. Warte, hier ist noch eine. Ich nehme jetzt hier einen Stein und gucken. Nein, da ist auch nichts runter. Ich nehme jetzt noch etwas weiter. Ich nehme jetzt. Nein, da ist auch nicht so. Ich nehme meine Hand auf. Dann haben wir keine Marketer hier. Nee. Aber gleich kommen wir gut, dann können wir durchbrechen. Das Problem ist, da hinten kommst du auch nicht weiter. Ja, aber hier? Hier würden wir durchkommen, aber können wir nicht fahren. Die Sonne soll lieber das Grüne. Wer hat sich denn hier erleichtert. Der ist ja relativ frisch. So, ab durch den Wald. Ey, wir gucken nach unten, der Baum. Ja. Wir gucken nach unten. Ja, der ist oben, abgeboren. Ja. 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 Ach, welch. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, schon wieder ein Specht am Gang. Wir haben einen, gehen wir da weiter und dann geben wir... Eigentlich abkürzend nehmen wir noch. Die Schafen, die ja hier... ein Fasan. Ein Männlicher war's. Mit langen Federn, Schwanzfedern, schönen bunten... Hier ist ein weicher Boden... Ja... Balsam für meine Füße im Moment... Ich hab die dicken Wintersocken an... Müll gibt's überall, ist egal... Drei mal Jahre hergelaufen... Trotzdem Müll... Mann, Mann, Mann... Ja... Schon komisch, ne? Aber das ist doch ein schönes Dreck... Sehr schön... Warte... Ich brauch noch ein schönes Foto von dir... Wir müssen doch irgendwie... So ein paar Aufmacher haben... Zwischendurch ruhig mal ein bisschen lächeln... Auf den Scheißfotos, Alter... Du machst da... Du sagst, stopp mal halt an... Und dann... Ja, ja, ja... Du kannst doch mal ruhig lächeln... Frauen haben das immer drauf... Die lächeln sofort... Zacken... Du brauchst nur mal mit der Kamera drauf zeigen... Schon... Gehen die... Sanja sind rum... Ja... Ist so... Weißt du... Spuren von der Zecifliege... Spuren von der Zecifliege... Spuren von der Zecifliege... Nie gesehen am Baumstab... Ne... Du kannst klar sein... Guck mal... Schau mal... Guck mal... So... So... Hi... Ja... Ah, verstehe... Bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung rennen? Ja, wir wollen doch einen kleinen Bogen machen. Einen kleinen Bogen. Ja, wir gehen jetzt bis zur nächsten Kreuzung und dann gehen wir hier so außen rum und dann kommen wir wieder aus Spur. Haben wir danach noch Zeit für ein Käffchen oder? Ja, es ist 12.23 Uhr. Da der hohe Berg da hinten ist, gehe ich davon aus, dass wir fast nur noch gerade oder runter sind. Das heißt? Das heißt, wir sind um 13.30 Uhr verdummt. Ja, dann haben wir noch Zeit. Der war doch eine Gäste. Ja, die wird dann wahrscheinlich auf sein, war halt morgens. Die machen ja meistens erst am Mittag auf. Dann ist der doch wahrscheinlich drin. Ja, das gefällt mir hier so. So was gefällt mir. Boah, guck mal, wenn ich dieses... Das ist schon da gar weit vor Ort, wie hier auf dem Donntag rumläuft. Ja. Wenn ich auf dem Sofa liest. Ja, sowas hieß auf dem Sofa nicht, das ist schon klar. Das hieß die weiße Decke. Aber, äh, liebe Zuschauer, ihr könnt das hier auf dem Sofa genießen, ja? Wo die Sachen liegen auf dem... Klub, 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 klub. Ich will das nicht beschreiben, weil Aachen schon wieder hier... Ich kenne Aachen-Sprüche. Keine Menschen hier. Zack, kommt einer um die Gegend. Ja. Um die Ecke. Im Herbst werden wieder die Saugnäpfe angezogen, ja? Wenn man dann regnet wieder, dann wird's ja richtig matschig, ne? Dann ziehen wir ja diesmal Gummistiefel an. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Im Herbst war das Wimste. Ja, da sind wir doch einige Male auch... Das stimmt. Einige Male zugestammte Schweine. Ja. Da hast du recht. Dann wurde es härter. Im Winter wurde es härter. Stürze kamen vermehrt. Und jetzt im Frühling geht es wieder. So ist der Lauf. Wird lebens. Das war jetzt die Predigt zum Sonntag. Ja. Das Wort zum Sonntag war das... Sonntepredigt. Wir machen eine Abkürzung. Machen wir? Ja. Okay, wir machen eine Abkürzung. Alter, hier ist ja alles voll hier. Mit... Sträuchern. Und Bäumchen. Und... Ach! Ach, dem Führer. Ja, ich hab ne Kamera in der Hand. Ich muss... Filmen und gucken. Kollege da. Ja, hast du den Leuten schon gesagt, dass wir nach Tschechien fahren zum Führergeburtstag? Zum Führergeburtstag, ja. Zum Führersgeburtstag. 20. April hat der Aachen Geburtstag. Und die feiern wir in Tschechien. Mit ner Wanderung. Guck mal, hier sind überall die Stauber. Guck dir das mal an. Oh ne, die ist aber... Das wird ja interessant, weil wenn wir ankommen, fahren wir ja einkaufen und dann feiern wir ja rein, ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir gehen dann schön. Essen abends, oder? Dann haben wir noch mal gucken. Ja, ist doch besser so, oder? Ja, ja. Natürlich. So gut. Na mal. Ja, das ist. Oh. Was ist das? Schön ruhig hier. Hört ihr die Vögel? Sie zwitschern. Zeh mal, zeh mal durch, wieviel der Wind. Ja, wenn nicht, dann gehen wir da hin, wo du hin willst, ne? Genau. Aber der Wald ist in Tschechien genauso wie hier, ne? Ne. Haben die andere? Der ist aufgeräumter. Aufgeräumter? Aufgeräumter würde ich jetzt nur sagen. Wir räumten ja auf. So. Warte. Ich hab da was gehört. Ja, mein Gehör ist auch nicht mehr so gut, nachdem ich ja acht Jahre an der Stanze gearbeitet habe. Ja. Gustav Meier, danke. Aber er ist doch mal ne schöne Ecke hier, muss ich sagen. Ja. Das ist doch das, was wir wollen. Am Anfang war das so ein bisschen Stadtwaldcharakter. Ja, dachte ich auch jetzt. Aber das macht es eigentlich gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Ja, aber es ist ja halt manchmal nicht anders möglich, wenn man den Leuten so ein bisschen was bieten will. Aber es hat sich ja glücklicherweise noch verbessert hier. Unter. Ja. Der ist kürzer. Richtig kürzer. Okay. Ach, der ist kürzer. Ach, der ist kürzer. 8,3. Wollt man nicht mal meine Schritte erreichen? Immer noch nicht. Ich hab jetzt hochgesetzt auch. Aber was? 13.000. Wieso hast du so wenig? Du hast auch noch 14. Ne? Ja, ich bin schon bei 15. 15? Hast du eingestellt? Ne, ne, ne. Von alleine hochgegangen. 4? Ja, von alleine. Aber die automatisch über Garmin. Ja, ja. Über Garmin. Weißt du doch selber, der passt sich doch immer an hier. Ja, ja. Richtig, richtig, richtig. Aber ich hatte letzte Woche einen Schlitz von 20.900. Also das muss dann nur... Insgesamt, über die ganzen Jahre, bin ich jetzt im Durchschnitt bei etwas über 14.000. Das ist gut. Das ist gut. Finde ich auch. Ja. Aber ich seh's ja nicht mehr. Ich hab dir aber drei. Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen, was mir ein bisschen leid abgeht, also zu wechseln, ne? Ja, das ist... Also schade, dass du das nicht so importieren kannst. Das wäre schön gewesen. Ja, das ist eigentlich noch ne Marktlücke, weißt du? Ja. Das sind nämlich viele... Du kannst ja nicht importieren. Du musst dir ja die Rechte holen von den anderen. Ja, was heißt die Rechte? Die Daten sind deine. Und wenn du die... Das Problem ist, du kannst die nicht exportieren. Importieren ist dann... Kann ja jeder anbieten. Aber du musst ja exportieren können. Oh, was haben wir hier? Grüne... Grüne Bunker. Bunker. Ein geheimes Highlight. Ein Bunker, den keiner erkennt. Ja, hier mal gucken. Wahrscheinlich auch so ein Wasser hier. Wasserreservat oder so. Genau. Unterirdischer. Ja. Wasserversorgungsanlage. Ja. Wasserversorgungsanlage. Da unten, guck mal, da ist auch was. Ist das ein altes? Oder guck mal. Das Rohr. Ne, drei Schlote. Ne, da hinten sind vier. Vier sind es jetzt zusammen. Ja, wie ein Bunter. Vier Stück sind da. Luftschicht. Alte die, oder? Luftschicht. Wenn du den Fässer hast, gehen wir rüber. Ist denn die Schrift oder so da dran? Ja, wir können... Wie gehen wir da hinten rum? Ich gehe vieles hier nicht durch den Schlamm ruhig. Ja. Ja. Ist mir zu... Ja, ist mir zu steil. Ja, ist mir zu steil. Ich brauche die Schritte. Ja. Ja, siehste. Hier. Bist du gefallen? Nee. 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 Ja. Mann. Na. enqu stellen. Ja. Hallo. Seis... ... ebenentiglappen. Prof. ši ... ... Was denn? Dreh dich mal um Warte Aber was für Schächte? Nee, das ist auch Luft, das denk ich auch, aber die Frage ist da, haben wir hier noch einen Eingang? Haben wir hier noch einen Eingang? Ja, den haben sie wahrscheinlich zu. Keine Ahnung, schon interessant, wenn du jetzt wüsstest, was das hier ist, was sagst du? Ja, entweder zugewachsen, hier, ach nee, da ist noch ein Baum, wird zugewachsen oder den haben sie zu geschüttet. Oder, 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 ne? Ja. 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 Ja, die dann schön die Wege kaputt machen und, und, und. Ja. 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 Das ist ja ein Bauhof oder was ist das da? Eine schöne Aussicht hier So rüber guckst du an Vielleicht da vorne Ein Kammensystem für die Scheiße Wie Müll Ein Schädel Ein was? Ein Schädel Wie ein Schädel Siehst du es? Ja, aber ist keiner Was ist es? Eine Wurzel Du steck rüber Ich denke eher eine Wurzel Eine Wurzel Jetzt kannst du wieder nicht einfangen Oh, da hinten ist ein Bussard Ein Bussard fliegt da wieder Was ist das denn da hinten? Komm mal her Zwischen den beiden Bäumen da durch Siehst du das? Ja, sehe ich Diese riesigen Gebäude Ja Hochhäuser Ja, scheinbar Es fällt ja eigentlich sofort auf hier In der Gegend Hohe Häuser Wäre noch gar nicht mehr so viel gebaut, oder? Ja Das ist ja das letzte Mal ein Hochhaus gebaut wurde bei uns in der Gegend Ja, da wird auch keiner mehr drin wohnen Das ist es Jeder wird sein eigenes Auto Jeder wird sein eigenes Haus Ja Die sind von außen gekommen geworden So umsonst alle Ja, meine Kann man ja wohl erwarten nach ihm Hallo Ja, also wenn ich übers Mittenmeer gehe Müsste ich auch nach Libyen oder so Müsste ich auch Rente und ein Haus haben Mensch Müsste nicht mehr pauschal Dahin reisen Müsste mal einen Lebensabend dafür Verbringen Mit Haus und Rente Ja Ja Wer will das nicht Ja Bombiges Wetter in Syrien Ja, super Bombenwetter Das ist da mit der Kind gerecht verpackt Ja, es flitzert dann auch noch schön König sind das Hahaha Aber da ist unten ist ein See Ganz kleiner Ganz langer Teich Ist da Ja 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 Eine Kuh Eine Kuh ist ja Eher ein Kalb wahrscheinlich Schöne Holzhütte So wie unsere Holzhütte auch Nein, unsere Nein, nicht ganz Die ist nicht so blau Na, die Farbe packt die aber ganz viel anders Ne, ne, ist ja auch Es ist auch ein Holzbau Ja Ganz viel ist die nicht Hausnummer passt aus Ja Die da mal schon da sind Hahaha Ist doch sehr Ich finde doch vom Dingens her Für den Urlaub finde ich sowas ganz toll Ja, das ist schön Das ist schon 30 Tage Da kommt schon meine Arbeit riesig Das war scheißig Jahre Das Haus Da kannst du sitzen Da kannst du ein bisschen kochen Da kannst du alles machen Da brauchst du keine Luft Ja, ne, ne Verstehen Schöner ist es aber Nein, brauch ich nicht Die Zahlen sind vorbei Das habe ich alles Alles schon Ja Ja Man kann wohl eine Frau mitbringen Echt? Ja Ist doch Platz genug bei dir im Doppelbren Ja Eine reicht nicht Wenn dann brauch ich zwei Ja Ganz viel Eine mit der ich mich unterhalten kann Und eine die die Wäsche macht Ja Hahaha Hahaha Ja, das ist auch ein Ein Hochstuhl Ein zugefallener Tennisplatz würde ich sagen Ein Hochstuhl Ein Hochstuhl Ja, vom Tennis Genau Ja Mal gucken, ob mein Chef hier aus Australien zurück ist Ich muss mir erzählen, dass ich eben bei ihm erstmal eine Hunde gemacht habe Also wohnt der hier? Nö Hier ist der Samstag die Hunde Achso Okay Achso Das ist hier Fernsicht Ein super Fernsicht aus Lippeland Ja, hier 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 oben aber eben besser Ja gut Ist ja das Problem ist ja Ja Da ist auch der Kinder Das weiß ich Ja Da ist auch der Kinder Das weiß ich Ja Da ist auch der Kinder Das weiß ich Da ist auch der Kinder Ja Da ist auch der Kinder Da ist ja wahrscheinlich auch alleine Wer Ja Ist das in den Medien Oder Weiß ich nicht Von wo Dein Foto von VfL mühe diesen Sportplatz hinzufügen Nee das mach ich Nee das hab ich schon Ich brauch nur ein Foto für meine Tour Alter Nervtuch Ja Anrufen Ab und zu Familie Bücher Was für? Turn für einen Ländenbogen Ja hab ich Ja mein sauber Sportplatz Wie findest du den Sportplatz? Wie bewertet man einen Sportplatz? Das erzähl mir mal Hä? Krieg ich da drei Sterne Gut Super Bei der Fahrzeuge Du auch Bei der Bei der Bei der Ja natürlich Aber was das ist Gehen wir hier Was ist denn da? Oh hier ist voller ein Packwurzen hier der Ey hier musste irgendwo ein Turm sein Ich hab voll Voll Ausschlag hier Auf den Arm oder Hä? Auf den Arm Nee hier vom LTE Vollen Ausschlag hab ich Mal wenige Schlitte heute Aber gestern hab ich immer 10.000 gemacht Wie schon? Gestern hab ich noch mit 10.900 gemacht Also ich darf doch noch ein Stück Ich bin meiner Liebe Hier 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 Hallo 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 Meine auch Ja Nur dann Nur dein Rücken Du bist ja vielleicht wie eine Kuh Ja ich schwitze immer sehr viel Dann zieht man was Hattes an Bestimmt Damit man sofort Sonnenstrahlen abgehen Und seine Mitkollegen Mit Schweißgeld Genau 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 Nix Nix los hier Wo? Ah doch die sind doch die Ja Danke Deine Verwandtschaft Die Ja die Oh Andreas ist marschiert Was habt ihr denn hier gemacht? Das ist eher länger laufen Andreas ist heute auch gelaufen Ja wahrscheinlich nur 4 Kilometer oder so Ne mit dem Fahrrad sind sie gefahren 22 Kilometer Ein dreiviertel Stunde Ja Was ist denn? 638 Kalorien Nicht schlecht Dann kriegt er doch einen Daumen hoch von mir Den Willi Daumen hoch Den Willi Daumen hoch Ja So komm Kenas Wir haben ein bisschen weiter Wie sprichst du über deinen Deinen Wieso? Wieso darf ich nicht? Darf ich das nicht? Sei nicht so neugierig Was? Ja ja was ich hier alles mache Guckt euch das genau an hier Ich bin ja voll der Der näher Kameramann Zureicher Unterhalter Ja So ist das Ach so freundlich bist So ein freundliches Wiesn Au 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 Von vorne kommt jetzt auf Achtung von vorne Von hinten Jetzt gehts ab Jetzt gehts ab hier Ampel? Ach, Pidolée, Padolée, keine Ahnung. Wie lange haben wir erst? Zehn oder was? Ja, geil. Bei mir stehen 9,5. 3. 7. 9. 12. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 22. Ich bin glittend. Ich bin glittend. Mein Tag. Moskitos, äh? Moskitos? Tietze. Tietze. Also viel wärmer darf es nicht werden. Ich kann nicht gleich sagen, bei 30 Grad werde ich keine Wanderung machen. Da brauchst du auch nicht, die werden wir auch nicht kriegen, das ist das Gute. Also da sind die jetzt 17 Grad. Ja, ich sehe das aber schon mal im Sommer. 21 Grad nochmal. Ja, siehste. 21 Grad, also das ist vollkommen ausreichend für T-Shirts. Ja. Das ist gut so. Und ich denke, dass wir so 19, 20 Grad haben. Ja, ich rede jetzt nicht von Tschechien, ich rede jetzt vom Sommer. Ja, bei 30 Grad, da muss die Sache anders angehen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Nur was einfallen lassen. Da auch. Da ist er. Gerade durch. Da hinten, da hinten. Da ist er. Da ist er. Da sind die Finger eigentlich, oder? Da sind die Kinder. Ja. Da sind die Kinder. Da ist er. Da ist er. So, da ist die Sicht auf Dorfkirche, drei Kirchen, zwei Kirchen, ein Doppelturm, ein Turm, das ist Lemgo, nehm ich mal, ne? Ja, geh mal von aus, ne? Ja. Ein bisschen hin und kann vielleicht noch Fotos von Lemgo machen, nicht da. Ist da noch was? Ein bisschen weh. Und ne Bank, ne relativ neue. Naja, relativ. Lemgo bin ich, glaub ich, noch gar nicht gewesen. Hast du ja was? Bin grad am überlegen, ey. Ich weiß es auch nicht. Achim, ich weiß es auch nicht. Bei dem Lippe-Laden hab ich mich mal ferngehalten. Man hat ja so Gerüchte gefragt. Hat man? Ja. Du meinst, weil die Lippe alles Kupferdrähte im Portemonnaie haben, weil sie den Pfennig so oft drehen? Ja. Hä? Warum gehst du nicht, warum gehen wir denn nicht hier, ist das dasselbe? Ist doch nicht. Ja, geh du da her. Ich geh hier her. Verweigert das schon, den sich nicht. Was denn? Ich geh auf die Straße. Ich geh auf die Straße. Ich geh auf die Straße. Das ist hier eine Straße. Toc, toc, toc. Bestimmt der Andi. Jetzt trennen sich unsere Wege. Ja, recht. Nein. Jetzt gucken wir mal was. Oh, oh, oh. Mach nix. Ei, ei, ei. Ja, die müssen hoch. Die sind wieder an unserer Natur. Komm doch mal her. Was ist das? Alles da. 43, Bielefeld. Oh, ist aber hübsch. Ja. Was hast du am 19. vor? Ich lag dich ein. 10 Tage Urlaub. Hast du Lust auf ein verlängertes Wochen in den Stächern? Nein. Nein. Schon alles trocken. Schon alles trocken. Schon alles trocken. Zum Großteil zumindest. Ja. Ja, das ist es. Lass den! Status-Invors Täuschen Und Tarn Jaja, das hast du täuschen getan und verpisst du noch nicht sein Trotzdem konnte ich nicht wieder abfahren Oh Oh Achim, hast du das denn nicht gesehen? Was denn? Was denn? Vier arme, kleine Vögel, vier Vogel Hab ich da drauf gesehen, Leute? Ja, nein, bist dran vorbei gelaufen Zum Glück, dann hätte er geknackt Wahrscheinlich Aber es wäre etwas härter gewesen Ja, wahrscheinlich Wie ist denn in Tschechei das Wasser aus dem Wasserhahn? Ist das trinkbar? Ja Ich habe das mal zum Zähnepusten gemacht Okay Okay Ich glaube schon auf 200 Meter Höhe Dass das Wasser nicht hochgepumpt wird Okay 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja eigentlich nicht für möglich, nehmen wir die schlechten Tage zum Wandern und die guten nehmen wir halt zum Shoppen oder was weiß ich. Wenn es so heiß ist. Ja. Aber ich glaube nicht, denn wir haben ja keine. Die am höchsten so wie jetzt auch die 21 Jahre alt. Ach, da machen wir jetzt keinen Kopf, wir werden es schon sehen. Und sonst muss Tristan hinter uns herlaufen und unseren Palmbetel vor 100 Köpfen halten. Hast du das gehört, Tristan? Ja. Wer so einen Vater hat, braucht keine Feinde. Ja, so zwei Meter breit, drei Meter lang und dann zwei Stangen dran und dann... Ja. Wenn du dem was klar machen kannst. Wenn. Wenn. So. Dann suchen wir uns einen Kaffee und trinken jetzt mal ein Käffchen. Dann müssen wir irgendwo draußen. Ja. 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 Du brauchst eine neue. Neue Fischert. Das auch. Alter. Bleib doch mal rechts da. Du musst doch hier machen. Lust, dass wenn du alkoholisiert wärst. Ja. Du hast dann auch unser gleiches Bier getrunken. Nächste Woche sind wir... Die Uhr sind wir nach Hause. Sind wir wahrscheinlich zu 7. Nächste Woche. Ich hab Olaf und Ute noch eingeladen. Olaf und Ute. Ja. Aber ich stehe noch nicht fest, dass die kommen. Zu 7? Ja, zu 7. Ach so. Ja. Ja. Zapp, wir sind da. Siehst du? Guck mal, können wir gleich draußen sitzen. Siehst du da? Super. Schön. Komm. Die Kamera runterfahren. Ja. Ach so. Fazit. Komm, machen wir gerade noch das Fazit hier. Das ist das, wo wir gerade drauf gewartet haben. Schönes Wetter. Genau. Ja. Ein bisschen schweißiger ist es natürlich. Ja. Aber da gewöhnen wir uns jetzt wieder. War heute eine kürzere Tour. Zwischendurch dann doch schon so anstrengender. Den einen Part da hoch. Aber ansonsten war die ganz toll. Kann man empfehlen, oder? Doch. Denk ich auch. Ja, wenn ihr Bock habt. Ich würd die nochmal laufen. Also nochmal laufen jetzt nicht. Aber ich würd die. Könnt die auf jeden Fall empfehlen. So. Ansonsten sehen wir uns. Keine Ahnung. Nächste Woche machen wir wahrscheinlich noch eine Tour. Und danach werden wir zwei Wochen Ruhe haben. Gut. Dann bis nächste Woche. Und tschüss. 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 Tschüss.